Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu One Ranked to Global Elite. Heute mittlerweile die zehnte Folge dieses Formats, dieser Staffel, wie auch immer. Und ja, immer noch nicht Global Elite. Und ich glaube nicht, dass wenn wir das Spiel gewonnen haben, dass ich da Global Elite bin. Das wird sich noch ein bisschen ziehen, denke ich. Mit. Und hello guys. Das letzte Game hat ja relativ gut funktioniert, gewonnen. Ich weiß jetzt gar nicht, wer in den Punkten stand, aber es gab einen schönen Drop, der sogar einiges wert war. Okay, wir kommen. Die Frage ist, sind die alle main? Schmeiß ich einfach mal die Granate dahin. Oh shit, ich hab so eine scheiß Position gerade. One is fortlift. Onsport and fortlift. Meine Position war sehr ungünstig. Ich bin dazu sehr reingerusht, okay. Keine Panik, Cage ist eine CTML. Ähm, one echo I would prefer. Ah, it's not fucking one echo, it's forcepy or two echo. Ja gut, ich hätte eher gesagt, dass wir echo'n, aber... Passt schon. Die B. Throw in Flashbang, Flashbang. Or B. Nee. Ja, der Forceboy hat's nicht gebracht. Okay, halb so schlimm. Ja, ich kaufe mir eine SSG, damit wir von Manni auch etwas gleichmäßiger werden und ich vielleicht den ein oder anderen noch in der Mitte killen kann. Mit der Smoked. Was soll ich da machen? Wenn der erste Schuss nicht gleich sitzt, dann ist es meistens ziemlich schwierig, da nur was zu machen. Ja, diese Musik. Nice. So, jetzt kaufen wir mal. Und das ist die Runde, sollten wir jetzt relativ... Also sollten wir mal gewinnen. Wie gesagt, Cage ist eher... Würde ich sagen, also für mich persönlich ist es CT-Seite. One is boosted. Boosted is down. You can... Ah, die haben ja alle Waffen. Ich würde gerne die AWP holen. Weil ich möchte eigentlich pushen als CT ist nicht immer gut. Also eigentlich nie gut. AWP in Main. Aber ich werde jetzt so langsam vorrücken. He saw me. Ja, ich... Ich habe die Stabzie. Ja. Den last... Tolgängst du die Runde. Red Fox. Wow. Steven, ist es am Team. Ja, der ist ein Pomp set. Ja, da sind zwei. Okay. Um, weiterzummen. Wait yellow, wait yellow, wait for a purple first Nevermind He squat I gave him 29 Ach, schade Zwei gute Picks in der Mitte geholt, aber trotzdem nicht gereicht Should we rush somewhere? Maybe main Let's go, let's go Ich glaube das ist ein Nein Oder ein Jein No one main I hear steps mid, boost me orange Thanks One is boosted He has 20 HP Also so soll er am besten nicht saven, ja so ist schon er Position ist eigentlich, ähm, ja Neu, sagen wir es mal so Also ich würde eher weiter bei T-Spawns saven Oder hinter dem Truck irgendwie Aber hier würde wahrscheinlich keiner vermuten Also vielleicht schafft das die AK zu saven, das wäre natürlich schön Vom Geld her, wie sieht es aus? Ja, können auf jeden Fall kaufen Und ich glaube ich werde mir eine AWP kaufen Jetzt haben wir noch eine AWP Halb so schlimm, also ich Zwei AWPs gehen eigentlich meistens auch Mit der Smoke, da kann sie, äh, nothing So, mal gucken, ob boostet das keiner One is mid Weiß ich bloß nicht genau, wo der ist Bleu door Äh, one mid highway Highway One garden Going B Oh mein Gott Ja Der hat dann ein paar, drei Einzelschüsse machen können, den Hatter gehabt Okay, I don't know Don't save, just try it Wir brauchen langsam mal ne Runde Orange, tell me what you're pushing me Ah, es wird wahrscheinlich A Schade Ja, sieht nicht unbedingt Ja, die drei könnten eigentlich gut kaufen P90 könnte ich versuchen Oder, ja, ich mach nochmal SSG Ich kann nicht da nochmal irgendwie den einen oder anderen killen Alles gut läuft Ich schmeiß mal den nade bei Zu dem boost hier Was machen die denn? Don't push guys Just stay defensive Coming B Bomb is B Bomb is B Bomb is B Bomb is B Bomb, peak nochmal, peak nochmal, peak nochmal So wird das nix Was ist das für mein AVP? Na, drei Leben, was soll ich denn da machen? Fuck it Just do shot Only Under vents Unless Guys Don't push Stay on side Ich hab's Gefühl Der eine Der eine Pushed Habe ich irgendwie Also Pushed Ähm Weh Don't smoke Garn, I smoke it Let's go View Er hat's bis jetzt eigentlich noch nicht so richtig geschafft, wenn er Begepusht hat, irgendwas zu reißen Flushbang One is mid Au I'm coming A Fortlift He's low 30 HP Komm schon, den hobbelst du dir jetzt And one blue door So nochmal schreiben, dass einer minus 70 ist Kommt schon, Jungs Behind you, behind you, behind you City, city Tja, 08 mittlerweile Oh man, das wird Punkte kosten Das wird viele, viele Punkte kosten, wenn wir jetzt nicht langsam mal ein paar Runden Gewinn So nochmal Den boosten und Nade schmeißen Au Wo ist der andere Gestorben Okay Green, können wir, können wir, können wir, können wir, können wir eine Flasche Sagen wir, die Runde gewinnen, ist alles gut Erst können sie dann auch pushen Ja gut Ich würde halt gerne noch die AWP jetzt in der Mitte saven Aber ich glaube, ja Das schaffe ich nicht mehr, da komme ich nicht mehr rechtzeitig hin Ah, der andere hat sie glaube ich mitgenommen Gut, erste Runde geholt Wichtige Runde So, und dann vielleicht mal noch die Pistole upbraiden Die war nicht so gut, die Nade One is boosted Chors Mal Warren Wo钱 Jetzt habe ich mich selber geflasht Nice Good Job Info How many b? Aber Aber Und ne AWP, yay. I can drop you, so, damit er auf jeden Fall nur gescheite Waffe hat und auf jeden Fall Rüstung, das ist wichtig, so, jetzt geht der mitte, ja von mir aus, ich mein jetzt, jetzt läuft's gerade mal, dann wechseln wir halt die Position, hat er das gesmoked, ja, müsste er gewesen sein. Ich brauche noch einen A, bitte. Ja, ich bin ein Mann, 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 Info? Ja, das ist wie ich. Mh, close to vents. Das sieht aus, ey. Kurz mal nachladen, auch wenn 7 Schuss, denke ich, noch genug sind für die Runde. Ah, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann. Highway. Weitere. Let's see. Bombs. ja ich smoke das mal weg den connector weil ich nicht sicher bin wo der letzte connector he is still connector in my smoke can you save just hide i think he can't plan ja gut mach so glück geld habe ich auch noch mehr als genug und ja jetzt haben wir zwei awps dann kaufe ich vielleicht nicht noch eine dritte ja wenn wir jetzt noch alle runden gewinnen haben wir denke ich noch eine ganz gute chance also wenn wir die auf der cd-seite alle runden gewinnen haben wir denke ich noch eine ganz gute chance das spiel zu gewinnen solange die jetzt ihre position so halten wie sie es die ganze zeit gemacht haben jetzt mich überlegen ob ich rotieren soll ja ok blau rotiert schon das gut sehr gut ja es funktioniert langsam langsam sind die leute eingespielt blau rotiert schon langsam ja wobei bleibe ich noch auf a stehen äh b stehen so was von mint so was the main 20 HP where is he going web to vent yeah Ja, er dürfte... Okay, ja. Er dürfte auch nicht mehr genug Zeit gehabt haben, um den brauchen wir jetzt noch zu holen und zu planten. Gut, 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 gut. So, jeder hat... I can drop again. Oh, never mind. Okay. Yeah, someone dropping? Ja, nice. Ich war mir grad nicht sicher, weil der die AWP weggeschmissen hat, ob der dann noch droppen möchte. Und jetzt Geld in dieser Situation zu verschwenden wäre fatal. No. Flashbang. Please, Orange, don't push into your main. Das fucking man, Flash. Throw in Flashbang. Not even here. One is B. One is B. I opened an event. Check win. Smoke. It's B. One is on spot B. Ah. Guck mal, hab ich den nur verfehlt, als er da vorbeigelaufen ist. So, nach zwei Runden. Monika? Ja, I will buy a P90. Let's go. Ich denke... Ah, wobei... Ah, das war glaube ich zu viel. Ich hätte die Granaten nicht nur kaufen dürfen. Okay. Two guys boat and three nodes. Okay. Deploying Flashbang. Ah. Ja, okay. War dumm. One is, uh, squeaky on B. One's on main. One made for WP. Minus 40. Take a weapon and save. Ich glaube nicht. Ja, gegen drei. Wird ziemlich schwierig. Ob da jetzt noch eine AWP liegt oder so. Da kam es der da. Da muss der da liegen. Ja. Ne, das ist eine Galil. Ah. So. Hören wir uns vielleicht noch kurz das Diagramm an. Ich bin mal on top. Dicht gefolgt von Non... No sense. Oh, da hat jetzt genauso... Hat der genauso viel Schaden gemacht wie ich jetzt. Gut. Also ich könnte mir nochmal eine P90 holen. Oder ich klau mir die Farmers. Naja. Schauen wir mal ob wer die letzte Runde... ...auf der CZ Seite noch holen kann. Incentiary out. Rating downbroke. Deploying Flashbang. Downshot on me. Thanks. Fuck you, Blue. Flushbang. Grenade out. Oh wow. Another P90. I don't need... No. Why is no one saving mid? Two guys are mid. One is halfway. One stays in front of connector. Throwing Flashbang. Oh wow. Bomb is mid. Where is he? Okay, 5 Rounds, let's win the ECO, and we have a chance to win. Let's see go, and could, 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 could I still be in the room, that we will win. Okay. Come on, come on, let's go. Throw the Degui. Throw the Mock. Okay. Okay. So, side die Pistole, werde eins mit der Pistole. Ja, left. Was ist denn das für eine Flash? Ah, naja. Don't fucking block me, thank you dude. One is heaven. Okay. Grenade. Oh, and one city. Nice, good job guys. So, and now, heaven. Just hide, hide. Play for time. Hide. Okay, das schafft er. Gut. Nice, good job guys. Hacker. Wer hat denn da gehackt? Hacker. 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 Can someone boost me? Can someone boost me please? Fangs. Hacker. 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 Mitte ist dauernd Ah, squeaky pushing Das ist aber weg Du hast einen AK Bleu, du hast einen AK WTF, du verstehst nicht, du hast einen AK da Du hast nur einen PIP Ah, nevermind F**k dort Info? Oh Ehh, einer Grenade aus Hm Hinter dir, hinter dir F**k F**k Sehr gut Der schafft es noch Nice Nice Nice, good job Nice Nice Klatsch Wer freut sich So, ich kaufe noch mal eine Scout Kannst du mich wieder boosten, bitte? Der schafft es noch Der schafft es noch In der Orange, kannst du mich boosten? Fläte Ich bin die Fläte 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 Bländ Bländ Er Fläte 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 Was macht er denn noch in der Base? Hoffentlich hat jetzt keiner einen Diffuser. Nice. Das war knapp, ich denke. Ja, kannst du mich anrufen? Danke. Sieht gut aus. Aber ich glaube jetzt wird es schwierig, jetzt können sie kaufen. One ist vent. Vent ist low. Dein HP Event. 50 HP, 50 HP. Ja, ist er. Oh. Oh. Einen halben Herzinfarkt. Wenn er jetzt auf die... Ja gut, er macht so. So. You're fucking crazy dude. Schade, dass wir die Kaufrunde jetzt nicht countern konnten. Jetzt haben wir auch ein bisschen, bisschen wenig Geld. Ich werde es flaschen. bitte alle rutschen Todeskommando incoming 1 ist aufspot 1 ist vent 1 ist heaven 1 CT 1 CT komm in ja aber trotzdem war gut wenn den Baum plant bekomme ja und jeder hat eigentlich genug Geld um zu kaufen so ich glaube ist wieder ABP Zeit 2 ABPs ja ich denke ich werde B mal peaken ich glaube der boost also wenn ich geboostet werde ist zu gefährlich dass da schon einer guckt ja oder so wer ist ein AWP care sage ich noch der boost ist zu gefährlich 3 gegen 5 3 gegen 4 3 gegen 4 wow he ist on spot von der Zeit her reicht es auf jeden Fall nochmal wenn sie rotieren würden und fort left und um City ja das war auf jeden Fall ein guter Versuch 20 seconds guys you can save or ja save jetzt ist eh jetzt hat er eh keine Chance mehr gegen 4 nicht mit so wenig Zeit nicht mit so wenig Zeit 3 gegen 4 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 Okay. Wann hat er mir jetzt Waffe gegeben? Okay, I ran through. One middle. One is connector. Ich dachte ich hätte da irgendwie versucht, also mein Plan war in den Connector irgendwie reinzuspringen dann schnell. Irgendwie von hinten aufzuräumen. Highway. Scheiße, die Bombe liegt, liegt noch mit so jetzt. Ja, das schaffen sie nicht mehr, bis sie da sind. Beide Einheiten die Bombe mitnehmen können. Aber gut. Counterterrorists win. Party Musik. Face Bomb. So. Ja. SG. Letzter Verzweiflungsversuch, da nochmal was zu reißen. Die Runde verlieren, dann vielleicht nochmal P90 und dann mal gucken. Ich hoffe, dass wir die jetzt gewinnen. Nein. Ich war doch auf dem Kopf drauf. Nein, Info. Es ist okay, dude. Er war, er war mid. Close to the white box. Der wird eh jetzt irgendwo anders sein mittlerweile. Ja, ich bin aber auf jeden Fall froh, dass wir da nochmal, ähm, nachdem wir so viele Runden hintereinander verloren haben, doch nochmal ein paar Runden geholt haben. Das wir jetzt nicht 6 zu 0 verloren haben, das wäre nämlich echt bitter gewesen. Ja, vielleicht jetzt noch zwei Runden holen oder so, das wäre doch schon mal ganz nett. P90, wie ich gesagt habe. Und nochmal Flash und Köder und dann einfach mal schauen, was wir da noch machen können. Guys, I tell you, we kill them all. Gleich ein kleiner Motivationsbruch, nochmal jubeln. Bust me. Thanks. Um, he's, uh, one is vent and one is, uh, Sandbox in the middle. One is yellow. Flash blue. Ja, der erste ist schon raus. Ja, der erste ist schon raus. Ja, entweder macht jetzt ein Ace oder das war's. Ja, entweder macht jetzt ein Ace oder das war's. Oh, jetzt muss er aufpassen, dass er gar nicht durch die Wand sprayt. Drei von fünf. Der andere ist wieder reconnected. 20 Sekunden. Ja, okay. Schade. Ich bin trotzdem jetzt mal ein bisschen gespannt auf die Ränge. Das Spiel lief eigentlich relativ gut. Wir hatten halt jetzt im Team zwei, die nicht so viele Kills gemacht haben. Aber ich bin mal gespannt, ob da jetzt... Legendary Eagle Master... Oh. Okay, das sieht nicht so gut aus von den Rängen. Aber gut, dann, ich bedanke mich auf jeden Fall für's Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!